servus und herzlich willkommen zu einem weiteren part hier bei die sims 4 mit eurem bobers und unserem community projekt allerdings möchte ich heute zuerst mal noch mal erklären wie das ganze abläuft wenn ihr mit reinbringen wollt in das game also quasi auch mit hier in die community weil es dann doch immer wieder mal zu fragen kommt deswegen deswegen mache ich jetzt noch mal so eine kleine runde wie das ganze ablaufen kann also wenn ihr einen char haben möchtet in der community dann schreibt mir das einfach unten in die kommentare rein und dann gibt es folgende möglichkeiten diesen chart zu erstellen entweder ihr seid auf meinem discord server dann könnt ihr quasi da mit mir zusammen auch das ganze live machen so wie ich es schon getan habe mit dem sandman mit der kira und auch mit der rollo fly also die möglichkeit besteht dass wir dann gemeinsam aufnehmen gemeinsam den charakter erstellen und den dann gemeinsam auch reinschmeißen in die spielewelt also dann eben in eins der freien häuser oder ein eigenes bauen wie auch immer die nächste möglichkeit ist mir einfach zahlen zu nennen im grunde also ich gehe jetzt auch mal hier auf einen neuen charakter erstellen um einfach euch noch mal zu zeigen wie das ganze abläuft ich gehe im grunde hier dieses erstellen menü wir machen einen sim hinzufügen und wir machen sim über geschichte hinzufügen so und das ist dann eure aufgabe zum einen es kommen ja diese angaben ob junger erwachsener erwachsener oder senior mein vorschlag ist generell junge erwachsener zu nehmen außer ihr wollt wirklich sagen nee ich möchte gern erwachsener sein oder senior mir reicht's wenn ich da vielleicht für 20 folgen mit drin bin und dann abnüppel das ist auch in ordnung aber ich gehe jetzt mal davon aus junge erwachsener so und dann kommen fragen und zwar sind das insgesamt zehn fragen mit antwort nummer eins antwort zwei und antwort drei das heißt also wenn ihr sagt ich möchte das einfach wahllos kombinieren weil um die wahlloser desto besser weil umso crazier charts kommen hier raus dann schreibt man im grunde einfach nur rein okay eine zahlen folge von also zehn ziffern jeweils zwischen 1 und 3 ich zum beispiel 10 ich möchte bitte zehn mal die nummer eins haben ich möchte zehn mal die nummer zwei haben ich möchte zehn mal die nummer drei haben ist natürlich am einfachsten oder ihr sagt mir ich möchte immer 1 2 3 1 2 3 1 2 3 und das dann so also ganz wie ihr wollt oder 2 3 4 1 und so weiter also ihr wisst schon was ich meine einfach wahllos quasi die antworten sagen eine zahlen folge und dann mache ich das so so wie es eben auch bei manch anderen gemacht habe wie zum beispiel beim laien da habe ich ja nicht beim laien der laien war ja mit im live genau der war ja auch mit live bei dem was zum beispiel so beim muskular bei niklas war es zum beispiel so oder beim reini war es auch so genau so dann läuft es folgendermaßen ab ihr sagt zum beispiel ich möchte bitte immer die nummer zwei haben so das mache ich jetzt auch einfach mal so jemand bittet mich um ein date wie antworte ich frage jemand anderen wie komme ich über die runden ich leihe mir sachen aus mein haus in den bergen ist ein ferienhaus für meine familie wenn ich auf dem berggipfel bin wird es zeit zum snowboarden die berggipfel fragen kommen jetzt auch mit rein durch das dass ich den den einen pack noch mitgekauft habe wenn ich fernsehen schaue achte ich am meisten auf die texte und dialoge überraschungen die paparazzi sind da ich hype meinen neuesten film schauspieler sein bedeutet einen starlight preis zu gewinnen was magst du in den bergen dort lebe und arbeite ich wenn ich mit meinen sachen was wenn ich mir mit einer sache geschichte schreiben würde womit mit meinem beitrag zur wissenschaft und die letzte frage essen ist am besten wenn es mit haken schnur und blinker gefangen wurde so und dann wird dieser sim kreiert alles klar und ja schön und ihr könnt natürlich dann auch noch sagen wie der sim vielleicht noch also in der folge in der ich den sim erstellen einfach unten dann in die kommentare reinschreiben wie der sim denn vielleicht verändert werden soll ihr könnt zum beispiel sagen okay karriere setzte die schauspielerin fähigkeit angeln fähigkeit logik startbudget ist hoch super dann haben wir hier eine schnelle lernerin wir haben hier ein nerdhirn wir haben hier jemanden der genie ist ehrgeizig und kleptomanisch kommt halt auch mit dazu dann ich heiße da muss man natürlich auch einen namen eingeben ich erstelle auch diesen charakter damit dieser charakter mit ins spiel kommt so und ich mag den namen anna und ich mag den namen blume von daher heißt der char jetzt anna blume allerdings ihr könnt dann wie gesagt auch noch dran rum basteln also jetzt lösche ich erst einmal noch den ersten sinn hier so dass wir hier unsere unsere anna blume hier haben so dann könnt ihr sagen naja schaut ja so ganz ganz gut aus aber ich würde gerne die haare ändern solche stelle jetzt einfach mal so rote haare auf jeden fall ich möchte dass sie lange haare hat und ein bisschen außergewöhnlich vielleicht außergewöhnlich ist das jetzt auch nicht hier mit ganz vielen piercings drin oder mit diesen dingern jawohl das passt so alles was kopfmäßig ist ist im grunde eine veränderung also ihr habt die möglichkeit drei veränderungen vorzunehmen an eurem char sprich ihr könnt sagen jawohl andere haare aber bitte keinen hut ich möchte gern accessoires haben zum beispiel ich hätte gerne ein piercing wobei das jetzt ein wenig komisch ausschaut bei ihr vielleicht hier so einen ja so ein piercing ist doch gut so dann könnt ihr auch noch sagen zum beispiel nicht die hautfarbe doch das ist hautfarbe alles hautfarben genau wir könnten ja mal ein bisschen andere hautfarbe nehmen ihr könnt ihr auch sagen ich möchte richtig weiß sein ich möchte so ein bisschen alien artig ausschauen hier so blau ein bisschen dunkler blau ein bisschen heller blau warum nicht ne wäre schon mal was anderes ähm was können wir noch machen wangen namen augennarben wir machen mal einen außergewöhnlichen charakter äh hüte könnt ihr sagen wenn ihr wollt dass er gut aufziehen wollt dann gerne könnt ihr gerne sagen oder was haben wir noch make up ihr könnt auch sagen ich will ein ausgefallenes make up es darf natürlich auch nicht ausarten ne ok das make up sieht man nicht wirklich eyeliner ja warum nicht ich möchte mal einfach ein bisschen was was können wir noch bei den augen machen keine ahnung also ich bin jetzt nicht unbedingt der typ der mit schminke unterwegs ist aber warum nicht so machen wir jetzt mal ähm gesicht was können wir noch mal die augen ne die augen die augen die augen die augen gesichtsbemalung ok ihr könnt auch sagen ich möchte ausschauen wie so ein voodoo das wäre auch möglich so gesichter gesichter ja warum nicht ne ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen ein char der asiatisch ausguckt passt doch so dann klamotten mäßig wenn ihr sagt oh gott nein den ding was die da an hat das geht ja gar nicht und das soll meine alltagskleidung sein ich möchte irgendwas anders ich möchte vorgefertigte looks zum beispiel gibt es ja auch allerdings ist das natürlich schwierig garnus zu bestimmen warte mal ich bitte wanu was so besser alltagskleidung moment schauen wir mal hier oh das ist ja cute so was hier zum beispiel schön bunt so mag ich das tut's crazy ok ja also so läuft es im grunde ab und dann wird halt die stimme möchte ich noch so febinae lovo so dann nehmen wir uns einfach mal hier ein freies haus hier zum beispiel bürgerliche klippen zack da ziehen wir jetzt halt mal hin mobliert das passt so dann gehen wir mal rein also das soll ein note chart sein also der im grunde niemanden gehört so oh werbesprecherin alles klar cool wer hätte eine agentur machen wir doch mal gleich sofort agentur alltägliche statisten unser team hat viele statisten in weitwinkel aufnahmen untergebracht wir werden eine arbeit für dich finden egal wie klein die rolle ist vorteile mehr castings für werbe und daytime tv auftritte und künstlerische individuen haben wir ja schon von daher würde ich sagen wir machen hier die alltägliche statistik so jetzt könnten wir da mal nachgucken wegen verfügbaren castings oder auftritten oder was weiß ich ach das war die bude von doru also hier müssen wir auf jeden fall ein bisserl was ausbauen ganz klar gitarre comedy comedy gitarre also level 2 level 3 angeln und logik haben wir super also hier muss auf jeden fall was getan werden aber das ist ein ja non community char den ich so reinschmeißen möchte ins spiel einfach dass mal noch eine zusätzliche frau auch da ist und von daher ich lasse die jetzt mal vor sich hin wurschteln und würde sagen wir gehen zurück zu welten verwalten ja und wie gesagt es sollte jetzt einfach ein bisschen anhaltspunkt sein was ihr machen könnt wie ihr kontakt aufnehmen könnt geht natürlich immer über über ja über youtube selbst in dem kommentar also immer zur aktuellen folge bitte niemals auf meine antworten antworten weil das bekomme ich immer irgendwie nicht mit oder ich bekomme es nicht gemeldet von youtube ähm von daher nicht auf meine meine antworten antworten sondern immer einen separaten kommentar machen ähm ja und im späteren verlauf wenn ihr dann den char habt und der ist erstellt dann immer unter dem jeweiligen ähm part da kommentieren wenn irgendwas geändert werden soll dass ich das immer auch ja das ist halt alles ein bisschen sortiert ist ja und ihr könnt mich natürlich auch connecten über den discord server wie ich es ja schon gesagt habe gut ansonsten würde ich sagen wir gehen jetzt nach Newcrest und es ist Zeit für bobers erstmal ihr seht ihr wir haben 2, 4, 6, 8, 9 Leute mittlerweile drin es fehlen noch 2 auf jeden Fall hier Madame Mim und Leon Marshmallow das ist irgendwer und da ist niemand drin genau das hier habe ich platt gemacht wie ihr seht ne so aber da gehen wir heute rein jetzt legen wir erstmal mit dem bau was los und äh später dann noch mit der Kira so jetzt habe ich ungefähr eine viertelstunde fast aufgewandt für das hier ne so ein Schluck Kaffee musste jetzt auch mal sein äh von daher es kann durchaus sein dass der Partner ein bisschen länger wird jo und Grundstücksmerkmale habe ich ja hier auch eingerichtet ne das ist alles Party Location ist so eine Haushaltshilfe hat während deiner Abwesenheit dein Haus geputzt die wurden 40 Dollar berechnet oder Simlions wie auch immer so bau was wir müssen zur Arbeit aber ganz flott bitte Kira Plautern müssen wir jetzt leider abbrechen du musst zur Arbeit und da ich ja mit Kira heute sowieso wechsel dann lasse ich bau was jetzt zur Arbeit gehen und wechsel mal ganz kurz zu Kira dann machen wir halt jetzt mit Kira weiter ähm 19 bis 2 na super geh zur Arbeit Leute Leute was ist los warum geht ihr immer nicht zum Job ihr sollt arbeiten gehen das Geld rein kommt wir haben Rechnungen zu zahlen verdammt so gut ähm ich bin natürlich am Vorproduzieren deswegen habe ich keine Ahnung ob mir schon jemand was geschrieben hat hier zu diesem Dachproblem wie ich das weg bekomme ist aber dann auch egal so wir haben jetzt folgendes Problem dass äh die zwei jetzt auf Arbeit sind dann gucken wir doch mal was Sandmann ist der ist ja immerhin noch der nächste dann in der Reihe unser Arbeitsloser oder ah ne der hat schon noch Schmutzbühler ist er genau so ausgezeichnet Erreiche Level 2 der Gartenfähigkeit dann schauen wir doch mal was wir ihn machen lassen können kannst du hier irgendwas machen nö können wir nicht dann würde ich sagen während die anderen auf Arbeit sind was ist mit dir hier Michael Bär geht zur Arbeit Mensch los zur Arbeit gehen gut also das muss ich echt drauf schauen dass das passiert na so aber gut ich wollte wie gesagt heute mit Bobas spielen mit Kira spielen jeweils ein Stück ähm jetzt sind die beiden auf Arbeit ähm wir können allerdings aktuell wir haben nur 300 Dollar ne wenn jetzt da irgendwie eine Rechnung kommt von was weiß ich 3000 dann stehen wir natürlich ganz dumm da so wie lange hat er denn noch Arbeit der gute bis 23 ach so ist ja gleich ja dann lassen wir mal schnell laufen was für ein Arbeitstag Michael ist wieder zuhause hat 26 Simlions verdient super Kaution hinterlegen gerade kam ein Anruf Joe von der örtlichen Bande sitzt im Kittchen Kira hat zum Dank für seine Treue die Kaution zahlen oder die Simlions sparen schließlich hat sie ihm nicht befohlen sich erwischen zu lassen nicht mein Problem und Joe wurde also eingebuchtet soll doch die Mutter dieses Gauners die Kaution zahlen Gira hat mit dem Geld besseres vor sie könnte sich zum Beispiel einen Thron aus Geldbündeln bauen wie man es so oft in Musikvideos sieht ja könnte man machen so ähm Doru ist hier am Müll weg räumen oder was hast du jetzt gemacht Im Inventar platzieren nein wegschmeißen bitte so ich möchte natürlich heute auch mal schauen dass ich irgendwie oh Chance des Lebens die Berühmtheit von Bobas neigt sich dem Ende zu und er sieht den nächsten Entertainer hinter der Bühne warten als er gerade das Mikrofon zurück in die Halterung stecken will bemerkt er wie ein Mann im Anzug sich in der letzten Reihe und abseits der Menge niederlässt anstatt einen Trink zu bestellen nimmt er einen Notizblock heraus und beginnt sich Notizen zu machen könnte das ein Talentagent sein der nach aufstrebenden Unterhaltungskünstlern sucht die Gedanken von Bobas rasen denn er muss sich schnell entscheiden ob er rücksichtslos eine Zugabe geben oder dem nächsten Entertainer das Rampenlicht überlassen soll was macht Bobas ähm Zugabe geben natürlich ich weiß nicht warum das da aber wir geben eine Zugabe ganz klar der andere wird zwar sauer sein ist mir doch aber wurscht so Newcomer Bobas hat den Weg zum Ruhm eingeschlagen er hat seine ersten Ruhmpunkte erhalten cool C-Promi bin ich nun er kann aufgrund seines neuen Ruhms jetzt eine Ruhm-Marotte entwickeln ok alles klar tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht befördert zu C-Promi wir haben jetzt oh Bonus von 541 ne das ist doch cool nächste Schicht beginnt alles klar das ist cool eine einmalige Chance warte mal ich lösche mal den Verlauf ganz kurz dass ich da wieder up to date bin achso ich dachte jetzt du wärst zurück dann warten wir halt mal ganz kurz bis er wieder da ist aber das ist schon mal cool er ist jetzt auch noch ein C-Promi Lebensstile guck mal da drauf kann ich jetzt da irgendwas machen oh gesellig im Aufbau cool zum Freischalten Verhaltensweise beibehalten Sims mit dem Lebensstil gesellig fällt es leichter viele Freundschaften aufzubauen und zu pflegen wobei die Freundschaften meistens meist weniger intensiv sind um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizubehalten sollte ein Sim vier oder mehr Freunde haben ok Belohnungen wir haben oh 1460 alter können wir mal gucken ob wir die Stahlblase da schon bekommen können Frühaufsteher Mentor marktauglich eisfest genügsam oh nein leider nicht Stahlblase kostet 2000 Punkte also die würde ich zu gerne haben dass ich da nicht immer auf Toilette muss so öffentliches Ansehen wir sind tatsächlich ein C-Promi ja cool einen Ruhmpunkt was kann man jetzt da noch machen oh äh Unternehmenspartner videos hochladen um den Ruhm zu erhöhen und Geld zu verdienen aha das ist cool außerdem wird der Einfluss von Bobos zu einem Wirtschaftsgut das Unternehmensmarken nutzen möchten was haben wir da Networking leichte soziale Kontakte zu berühmten Sims knüpfen bemerkenswert äh Möglichkeit zusätzlichen Ruhm durch Fähigkeiten und Karriere zu erhalten ich würde sagen hier ne ähm Zigerowitzer in Bobos wird gelegentlich telefonisch von einer Werbeagentur darum gebeten innerhalb einer bestimmten Zeit ein Video gegen eine sofortige Bonuszahl um hochzuladen machen wir doch das mal ein bisschen herausfordernd das wird wahrscheinlich eh schon chaotisch haben äh chaotisch sein verdiente Marotten oh wir können eine Marotte auswählen oder was Begegnung mit dem Ruhm Ruhm ist verführerisch wenn man sich mit Leuten umgibt die früher auf der Leiter stehen als man selbst Handy besessen hier stehen zu viele Unterhaltungsmöglichkeiten offen warum beschäftigst du dich also mit der realen Welt immer erreichbar besessener Fan kann ich das jetzt aus achso das sind meine Marotten ne verdiente Marotten alle Marotten okay das sind meine verdienten Marotten okay muss ich mal gucken wir posten natürlich erst einmal gleich was ne nachbarschaftliche Aktionsplan Abstimmungsstatus offen ähm ich brauche einen Briefkasten ich brauche einen Briefkasten so ist ganz egal für nachbarschaftlichen Aktionsplan abstimmen so und dann musst du auf jeden Fall ins Bett gehen so Teilen bedeutet kümmern wir tragen Taschen zurück in die gute alte Zeit Spaß Gemeinschaft Saft für alle grüne Gärtner und Energieeinsparung ähm es heißt Musik ist gut für die Seele und performen heilt das Herz unterstütze unsere Gemeinschaft und gewinne Einfluss durch die Klänge deines Instruments äh ja es verändert das hier nur Einflusspunkte Spaß Gemeinschaft die Freizeit und Erholung sollte gefördert und nicht unterdrückt werden es wird Zeit die Langeweile auszumerzen und Spaß zu haben stimme für diesen Aktionsplan und wir können gemeinsam abfeiern denn Bewohner werden zudem mit Einfluss belohnt wenn sie Aktivitäten im Zusammenhang mit Comedy Unfug oder sogar Videospielen durchführen jo das machen wir äh gehen wir mal da auf 10 Punkte hoch was ist das da nochmal teilen andere sind so ein paar wenige aber wie wäre es wenn jeder einfach alles besitzen würde siehst du das Fahrrad dort es könnte dir gehören oder jedes andere Fahrrad dank der Initiative kann alles was du siehst dir gehören du siehst etwas und nimmst es dir ohne zu fragen ohne Konsequenzen gewöhne dich nun nicht allzu sehr an die Dinge die du bereits besitzt äh nein wir tragen Taschen zurück in die gute alte Zeit nee das wollen wir nicht Energieeinsparung nein Saft für alle nee also ich lass die Punkte hier das ist halt nur Atmung mir mach ich jetzt gar nicht so also dann würde ich sagen du gehst mal schlafen jetzt bin ich mir nur nicht sicher ähm müsste das erste Ding hier sein ne ja achso er ist jetzt eh schon unterwegs also passt ach du gehst einfach durch die Büsche durch alles klar ja so dann pen du mal ja da 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 so wir machen auch äh mal schnell Vorlauf die anderen wie gesagt die kümmern mich ja nicht Kira ist jetzt eh noch auf der Arbeit ich würde auch gerne mal hier ein bisschen was mit dem ähm ähm magier mäßigen machen ach ein schlafender Sim schwebt davon und vergisst die Sorgen des Tages aha so komm du musst jetzt mal ein bisschen hinschauen äh Talentpunkte einen Magiervorteile oh schauen wir doch mal was kann man da machen äh Neuling so Wissen ist Magie dieser Sim liest und forscht schneller am Computer außerdem erhöht sich durch diese Interaktion das magische Wissen FixMix Zaubertränke werden viel schneller zubereitet Entladen dieses Sim kann jetzt entladen wirken um die Zauberladung Zauberladung zu leeren eifriger Sammler dieser Sim erhält jetzt mehr Objekte wenn er im Reich der Magie magischen Zutaten erntet und Experimentator beim Experimentieren und Üben erlangt dieser Sim schneller Fähigkeiten Fehlschläge werden reduziert ähm ich würde sagen das hier weil Wissen ist Magie ist auf jeden Fall gut um schneller zu zu lernen ja Magier hat schon was Level 3 der Kochenfähigkeit erreicht super so komm Schlaf 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 und dann würde ich sagen wir gehen mal ganz kurz hier rein wir haben äh äh bei der Arbeit bis 23 Uhr was ich bin bei der Arbeit ich bin noch gar nicht bei der Arbeit ähm C-Promi Reiche Level 2 der Gitarren oder Geigenfähigkeit oh wir haben keine Gitarre das wäre jetzt natürlich auch noch interessant Witzeschreibmusik üben nicht begonnen so wir haben einen Computer da ist auch gerade niemand dran von daher würde ich sagen wir machen hier dann gleich mal machen wir schneller ähm mehr Auswahl ähm Kontaktknöpfen Bestellung wir brauchen Schreiben und Schreiben üben Tja oder Witze schreiben das ist natürlich dann noch das nächste ne so wo bist du achso du bist noch am Schlafen ich kann leider nicht noch schneller laufen lassen die Zeit ist zwar hier ganz hoch aber trotzdem klein mehr Auswahl ich muss nochmal gucken mehr Auswahl ok also wir müssen hier schauen schreiben schreiben üben wir müssen erst einmal schreiben üben es geht nicht anders so Telefon wir müssen auf jeden Fall mal das Instagram Story machen ne ganz klar so stehst du jetzt auf ich weiß du musst aufs Klo ne aber du musst jetzt durch hey weg da oh 10 plus 20 Vladislav muss in ca. einer Stunde bei der Arbeit sein alles klar ja jetzt bin ich dran weg da Tja ein Computer und alle streiten sich natürlich drum ist ja logisch aber ich hab's gleich ich hab es gleich oh nein alleine losschicken sorry heute musst du alleine gehen äh Musik üben nicht begonnen das ist auch nicht warte mal ah was ist das Universität nein mehr Auswahl Comedy da haben wir es Witze schreiben schluss machen hier wohl und wieder zwölf Follower so könnte sich das jo üb Witze schreiben bitte ähm und dann bitte einmal auf die Toilet ja das wird äh heftig wenn ich die Türen alle für die jeweiligen Leute schließe Doro zum Beispiel hat ja auch ein äh ja eigenes Gebäude und da habe ich auch schon die Tür zugemacht äh Profi der Pflanzenzucht der Verein grüner Daumen veranstaltet einen Wettbewerb um herauszufinden welcher Gärtner die größte und beste Erntepflanze züchten kann was soll Jason tun soll er alles geben um mit seiner Pflanze ins Finale zu kommen oder als Gartenfan beim Wettbewerb zusehen äh mit Pflanze ins Finale schaffen natürlich oder so Moment machen wir mal langsam du musst aufs Klo ich weiß hallo Bauberst die Spielekonsole äh äh kommt bald auf den Markt und das Marketing Team ist der Meinung dass du der perfekte prominente Werbepartner wärst um die Kampagne in Gang zu bringen schließe in den nächsten 24 Stunden eine der folgenden Optionen ab um den Vertrag zu erfüllen verwende die Videostation um aufgenommenes Videomaterial hochzuladen unsere Werbeagentur wird es zu einem Clip für die sozialen Medien umarbeiten und dich dafür bezahlen dass wir dein Bild verwenden dürfen Gamer lieben Schimpftriaden werde wütend schrei in die Kamera der Videostation und lass einfach alles raus wenn du das Video als wütenden Flock hochlädst fällt deine Beziehung noch höher aus ok hmm da haben wir wieder irgendwie einen Jason beschließt am Wettbewerb teilzunehmen sein Apfel soll der größte aller Zeiten werden leider wird der Apfel so schwer dass der Baum in zwei Hälften gerissen und der was was denn nein jetzt nicht ähm ui Fehler protokolliert oje alles klar ähm der Apfel klatscht mit einem Spritzer außerhalb des Wettkampfgeländes auf dem Boden Jason wird vom Wettbewerb ausgeschlossen und beauftragt die große Apfelmus Explosion zu beseitigen Spaß 8 ok das Jugendfest hat begonnen schnappt euch euren Papier Caputo und macht euch bereit für die virtuelle voll was folgt Kreaturenjagd oje ok ähm jetzt muss ich mal gucken hat er jetzt da was ins Inventar bekommen oder du kannst diese Option jetzt nicht wählen weil Bobas nicht da ist warum ist Bobas nicht da ach der ist zur Arbeit hups bei der Arbeit bis 23 Uhr ok alles klar äh dann Kira dann bist du jetzt dran du hast noch 3 Tage bis zur Arbeit wo bist du wo hängst du grad rum da hängst du rum ok du musst äh ok schlafen ja was hab ich heute für ein Glück ne so Kira wird schlafen gehen alles klar dann würde ich sagen wir drehen mal die Geschwindigkeit nach oben was haben wir hier Reini Playback äh Reini muss in etwa einer Stunde zur Arbeit was möchtest du tun er soll bitte auf die Arbeit gehen auf jeden Fall ähm der kann auf der Arbeit aufs Klo gehen wir ganz kurz beobachten unwohl ja er muss aufs Klo ich weiß so jetzt aber zack ab auf die Arbeit mit dir jawohl gut so Kira ist noch am schlafen Michael hat heute 272 mit nach Hause gebracht jawohl also so langsam füllt sich das Geldsäckel auch wieder ähm Michael Bär bei dir ist alles gut freier Tag das ist super so Kira Kira fehlt dir Spaß ich glaube Tanzen macht auch Spaß ne so erwachsen werden von 4 Sims nicht gemocht werden das ist halt echt schwer ne 1375 ich möchte natürlich allen irgendwie erstmal die Stahlblase verpassen so Jason ist schlecht drauf ist aber noch eine Zeit lang auf Arbeit bis 15 Uhr so was ist mit dir du bist einfach nur schlecht drauf oder so der normal der fühlt sich angespannt braucht einen freien Tag so entspannen entspann du dich mal was ist das achso trinken so so hier jetzt sind wir wieder zurück bei dir du hast zwar ein bisschen Energie aufgeladen aber natürlich noch nicht voll so ich würde sagen du gehst dann auch mal warte mal hier was soll denn das jetzt so du gehst dann auch mal ganz kurz auf deine Toilette ok also wir brauchen auf jeden Fall noch öffentliche Toiletten vielleicht baue ich hier eine hin und da eine hin das wäre jetzt vom Bau her 4 Sterne sonst rein ich möchte nein es gibt nur einen Stern das kennen wir schon genau weil hier unten drunter wäre das natürlich dann schon von Vorteil so Kira wo bist du? mit Niklas plaudern plaudert mit Niklas und Doro das ist doch super das ist auf jeden Fall für sozial gut so Level 5 der Schelmfähigkeit erreichen dann würde ich sagen wir machen mal ganz kurz hier ein bisschen Telefonstreich bei Carina Roth die mag uns dann eh nicht dann machen wir nochmal hier mit Simstagram dann machen wir nochmal Telefonstreich spielen aber diesmal dann mit der Color Mainu so wer bist du? Sebastian Völl Fehler protokolliert? keine Ahnung also es gibt halt hier bei MCC immer wieder auch mal einen Fehler ne? wow ich habe den Hauptpreis gewonnen ich habe doch gar nicht teilgenommen ich kann es kaum abwarten meinen Preis zu bekommen Doro Fischspezies befördert zu Hilfskrankenpfleger yo cool du bringst auch wieder Geld mit nach Haus das ist super Sand hat 140 nach Hause gebracht Jason 140 12 Follower nein verkaufen nein du kannst nicht vorbeikommen um sie abzuholen Level 5 der Kochfähigkeit ok gut dann würde ich sagen halt warte mal Kira leg dich nochmal hin es ist äh es sind zwar noch 3 Tage bis zur Arbeit oder du könntest warte mal nicht schlafen sondern du legst dich jetzt mal hier ein bisschen in den Schatten und entspannst dich so schämische Interaktion gerade erst begonnen ähm dann müssen wir doch nochmal äh nochmal einen Telefonstreich spielen haben wir noch jemanden? Anna Ueda machen wir jetzt einfach mal bei ihr so was hast du? hey Michael hier ist Jade hast du Lust heute Abend mit mir abzuhängen? sorry aber ich bin gerade heute Kira was ist mit Doru? oh alles klar Sekunde dann setzen wir ihn nochmal bitte in die in die Badewanne wo ist er denn? achso wolltest du gerade was essen was los warum kannst du da nicht hin? kannst du da etwa nicht hoch? und wenn nein warum nicht? warten oh anscheinend geht das nicht? ah okay da muss da muss auf jeden Fall irgendwie bodenmäßig was drauf okay das muss ich dann leider jetzt machen weil sonst hat er ja überhaupt keine Möglichkeit hier hin zu gehen Sekunde was machen wir denn da oben? schludriger Anstrich? ne wir machen hier irgendwie nicht ja wir machen schon Holz aber irgendwas Wildwestholz kostet halt viel ne? das ist jetzt interessant warum kann ich doch das geht schon das habe ich schon gedacht das geht nicht da geht es wieder nicht da geht es jetzt okay weil ich wollte nämlich dann hier auch rüberwärts verbinden und dann da quasi das nächste Haus drauf stellen ich kann immer nur die Räume selber bedecken alles klar das ist jetzt natürlich schon interessant oh nein 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 Moment einmal zurück bitte okay gut jetzt müsste es aber eigentlich gehen ne? jetzt haben wir schon gleich wieder zu viel Geld ausgegeben Doro jetzt aber warten was? warum geht das nicht? Rani hat was mitgehen lassen? ok hat Geld mit nach Hause gebracht hier hingehen Moment kann das mit der Tür zusammenhängen? Doro Zutritt gestatten für für bestimmten Sim öffnen so aber warum kannst du nicht baden? ah da ist irgendwas im Weg vermutlich ok Moment dann schauen wir mal machen wir das mal schräg Nein äh Nein äh ok warum kommst du da nicht ran? das ist jetzt äh das hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen weil die Tür hat doch nirgends irgendwie vielleicht wenn ich sie drehe so machen wir das mal so auch nicht ähm baden probieren wir es nochmal ah ok er kommt da nicht ran die Badewanne steht quasi falsch ok dann warte das müssen wir natürlich ändern ist klar ne ähm ich stell jetzt das Waschbecken da hin oh wie ist es wenn ich es so mache warte mal ganz kurz wir machen das mal um eins breiter dann können wir nämlich die Moment stell mir die Toilette da hin stell das Waschbecken da hin oh das muss ich dann glatt bei den anderen auch mal probieren so jetzt gehts ah gut ich hab schon geglaubt äh ich krieg das gar nicht mehr hin so aber nochmal was und zwar der Spiegel der ist da natürlich total viel am Platz ähm so so ja ich weiß es ist ja jetzt nicht gerade das Schickste aber wir müssen natürlich auch schauen dass das alles passt so jetzt gut nun muss ich den Fehler jetzt auch mal schnell ausbügeln ja danach kannst du wieder dein Leben hinleben so du entspannst dich das ist schön Bobas ist noch immer auf der Arbeit meine Güte okay gut nee dann ist äh mit Bobas und Kira heute eigentlich auch schon wieder rum immerhin geht der Part jetzt schon an die 45 Minuten also wenn er nach Hause kommt soll er sich auf jeden Fall an den Computer hocken und hier noch ein bisschen Witze schreiben üben mehr Auswahl Comedy bitte schreiben so dass er da besser drauf wird so Holika Doro Slimebus hat eine Idee für einen SimRay aufgeschrieben und damit seinen dritten Durchbruch erzielt klicke auf den Notizbuch Button um oben im Telefonmenu und erfahre mehr darüber und schauen wir doch nochmal ne auf das Notizbuch auf das Notizbuch Foro einige Freundschaften Moment mehrfache Auswahl aus Nein, was haben wir denn da alles? Schwermetall. Wann hast du viel Zeug einstecken? Stammbau, Statistik, Lebensstile. Okay, das ist jetzt natürlich... Wo ist das Notizbuch? Ah, das ist schön, wenn du da aufräumst. Doro Schleimboss. Mehrauswahl. Optionen, Runde bilden. Okay, ich weiß jetzt das auch nicht. Klicke oben. Klicke auf den Notizbuchbutton oben im Telefon... Ach, im Telefonmenü. Okay, ja, wer liest, ne? So, Angelgarten, Wissenschaftskarriere. Cool. Aha. Tätig Nahrung, Glockenblume. Okay. Also, das ist bei Wissenschaft dann gewesen jetzt, ja? Also, das war dann das hier. D für Simrider. Keine Ahnung. Ah, da ist es. Ah, da ist es. Simrider. Simrider. Simrider ist die neueste Erfindung auf dem Gebiet der Handgeräte. Da das Gerät noch in den Kinderschuhen steckt, arbeitet es nur zu 60% aller Fälle völlig zuverlässig. Okay, beliebiger grössig, okay. Oh, cool. Oh, cool. Ja, cool. So, was können wir hier noch? Fotografiert von Doru Slime Boss. Wir haben ein kleines Bild. Das machen wir dir doch mal hier an die Wand, oder? Oder hier so nebens Bett. Da hin. So, was haben wir da? Altmetall. Bisschen bessere DigiCam. Digitales Grafiktablet. Das legen wir dir mal da mit drauf auf die Kommode. So, gut. Aber jetzt war es das auf jeden Fall. Halt! Nein, drinbleiben. Genau. So, einmal löschen hier. Zack. Haben wir das wieder leer. Und dann würde ich sagen, ja, du musst auf jeden Fall was essen, aber das wirst du schon machen. So, dann würde ich sagen, wir lassen es heute dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war heute ein bisschen kreuz und quer. Und ja, hinterlasst mir einfach einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Und wie am Anfang gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, einfach kommentieren. Und wir finden auf jeden Fall einen Weg, dass ihr da auch mit reinkommt ins Game. Das schaut so schön aus. Okay, also macht's gut. Schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao. Mama. Mama. I love you. Mama. Mama. Papa. Mama. 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 Mama.